Dieses zu veräußernde gut gepflegte 8 Zimmer Einfamilienhaus steht im Donnersbergkreis. Das im Jahr 1903 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Es hat sieben ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 451 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 282 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 229.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.